Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Wie immer ist heute Donnerstag und wie immer, zumindest in den letzten Wochen, hat Adopt Me wieder ein Update gebracht. Anscheinend ist der gestiefelte Kater bald neu im Kino und Adopt Me hat gemeinsam mit dem gestiefelten Kater eine Werbekampagne gemacht und wir bekommen, ich glaube, kostenlose, coole Sachen. Und weil wir alle auf kostenlose Sachen stehen, gucken wir uns einfach mal an. Puss in Boots, the last wish. Puss in Boots is visiting Adoption Island. Here is an adventure for you and a Persian cat reward if you can help. See his next question. Puss in Boots, the last wish, coming soon to theaters. Also, Puss in Boots, das Deutsche ist der gestiefelte Kater. Er besucht Adoption Island und wir können eine Perser Katze bekommen. Geschenkt, Leute. Und ich glaube, wenn wir seine ganze Ausrüstung finden, können wir die auch behalten und es jedem Pet anziehen. Stellt euch mal bitte vor, wie die Ausrüstung von Puss in Boots oder dem gestiefelten Kater zum Beispiel auf Sauron aussehen wird. So, wir sind angekommen und das ist ja süß. Next game in sieben Minuten. Stand in the circle to join the queue for this minigame. Find all five missing items to adapt a Persian cat. Oh mein Gott. Das heißt, ich muss die Sachen innerhalb einer bestimmten Zeit in einem Minigame finden? Oh Gott. So, ich habe jetzt gerade mit Puss in Boots gesprochen und ich habe das Ganze sogar auf einem anderen Account gemacht, dass es in Deutsch ist. Aber er hat so schnell gesprochen, dass ich nicht in der Lage war, das Ganze anständig vorzulesen. Das heißt, findet einfach selber raus, was Puss in Boots euch sagen möchte. Denn ihr müsst unbedingt, bevor ihr euch hier hinstellt, ihr seht gerade, ich stehe hier in diesem Kreis. Ihr müsst davor unbedingt mit Puss in Boots sprechen, mit dem gestiefelten Kater. Denn ansonsten habt ihr diese Map nicht. Und diese Map braucht ihr, denn die Minimap zeigt alle Gegenstände an, die wir finden müssen. Die wir dann eintauschen müssen bei Puss in Boots für unsere Persian Cat. Die letzten zehn Sekunden sind angebrochen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe Sauron kurz weggeschickt, dass er uns nicht stört. Und vielleicht brauchen wir auch ein Flugpad oder so. Ähm. Okay, wir müssen als allererstes zum Tree-Toy-Shop-Playground. Playground, Playground. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt irgendein Pet, das uns dahin bringt. Right? Ähm, das hat, also... Okay, das geht nicht. Oh mein Gott, es geht nicht. Das heißt, wir müssen... Oh, hier, guckt mal, hier hinten. Als ob. Okay, wir müssen... Ähm. Oh yeah, wir haben das erste Teil gefunden. Cool. Wartet. Oh mein Gott, der sieht mega gut aus. Okay, passt auf. Das erste haben wir schon gefunden. Als nächstes müssen wir zum... Toy-Shop. Der Toy-Shop ist direkt hier. Was ist denn ein Safety-Hub? Playground Pet Shop. Fallen Tree, das ist der Campingplatz. Oh mein Gott, Leute. Wie sollen wir das denn... Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Äh, ich... Eine Ewigkeit später. Das Minigame geht wieder los und, ähm, hier ist schon mal nichts mehr. Mein Problem ist, äh, dass ich irgendwie nicht checke, was ich machen muss. Denn, wenn ich zum Toy-Shop gehe, dann ist das Spiel aus. Also, das habe ich gerade eben nochmal ausprobiert und das klappt nicht. Das heißt, ich nehme mal an, es muss hier... Ah ja, guck mal, hier, lol. Wenn man hier auf Navigieren klickt, dann darf man da hin. Okay, das macht natürlich mega krass Sinn. Denn, falls ihr irgendwo reingeht, ist das Spiel automatisch zu Ende. Und ich muss jetzt nochmal acht Minuten warten, weil ich eben irgendwo reingegangen bin. So. Wir drücken jetzt hier. Ne, jetzt war das... Nein, 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 das war falsch. Falsch, falsch. Wir müssen zu Fallen Tree. Ja, ja. Und ich kann aber leider immer noch nicht... Ne, ich kann immer noch nicht auf mein Pad steigen. Was mich ein bisschen aufregt, ehrlich gesagt. Weil, ähm, ich möchte eigentlich jetzt nicht nochmal acht Minuten warten. Nur das Problem an dem Ganzen ist, ich werde wahrscheinlich keine anderen Möglichkeiten haben, ähm, als dass ich jetzt gleich nochmal acht Minuten warte. Ein paar Sekunden später. Nein, jetzt habe ich nochmal das Gleiche gefunden. Really? Ernsthaft? Ich habe jetzt nochmal den Hut gefunden. Man kann andere Dinge... What? Ich dachte, das geht so einfach, ne? Oh mein Gott. Aber drückt einfach drauf und, ähm, dann werdet ihr quasi hier, ähm, durchgeleitet. Das ist auf jeden Fall viel einfacher, als das irgendwie selber zu machen. Farmshop ist das nächste. Das große Problem, befürchte ich, ist, dass wir das jetzt in 26 Sekunden definitiv nicht mehr schaffen. Oh Gottes Willen. Mein Spiel. Mein... Mein... Nein. Mein Spiel ist eingefroren. Oh mein Gott. Dieses Update ist... Ein bisschen schwierig, Leute. Später. Wow, Leute. Ich kann euch sagen, acht Minuten sind echt lange, wenn man darauf wartet. Echt richtig lange. So, wir waren noch nicht beim Safety Hub. Oder waren wir da schon? Waren wir schon beim Safety Hub? Ich glaube, wir waren... Ähm, Moment. Ich bin lost. Ähm, wir waren noch nicht bei den Hot Springs. Lasst uns erstmal zu den Hot Springs gehen, denn hier sind wir gleich. Und wo wäre denn der, ähm, der Safety Hub? Der ist hier hinten. Okay. Okay, okay, okay. Kommt schon, Leute. Wir haben jetzt noch eine Minute. Das muss doch irgendwie funktionieren. Bitte. Oh Gott. Und ich muss auspassen, dass ich nicht Exit Minigame drücke, ne? Aber was ist, kriege ich, glaube ich, einen absoluten Schreitkrampf. Okay. Das dauert mega, mega lange. Ich meine, ich verstehe, dass Adopt Me das mittlerweile so macht. Ähm, dass wir länger Adopt Me spielen. Aber... Hab ich jetzt schon... Nicht, nicht, nicht unser Ernst. Ich hab schon wieder so einen Hut bekommen. Ich brauch keinen Hut. Warum? Was ist denn mit dem Hut? Ich bin irgendwie mittlerweile schon maximal genervt. Und ich werde jetzt auch nicht nochmal acht Minuten warten. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Dann muss ich darauf verzichten. Verzichten. Okay, uns fehlt noch eine einzige Sache. Ähm, die ist vermutlich im Pet Shop. Aber wir haben nur noch 28 Sekunden. Ich befürchte, das wird, ähm, problematisch. Ähm, vielleicht schaffen wir es. Wenn jetzt nichts vorhergesehen ist. Oh mein Gott, 13 Sekunden. Nee, wie, wie? Wie soll ich das schaffen? Das dauert noch ewig, bis ich da bin. Oh mein Gott, Leute. Okay, ding. Yes, 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 yes. Please, please. Ich möchte es bitte abschließen. Wir haben Boots bekommen. Ernsthaft? Ich finde gar keine Worte. Gar keine. Es sind weitere acht Minuten vergangen. Und wir fangen wieder an. Meiner Meinung nach sind zwei Minuten einfach lächerlich. Denn ich kann einfach nicht so schnell durch die Map gehen. Aber dieses Mal schaffen wir es. Sicher. Ja, 100%. Und unser... Ich kann dazu gar nichts sagen. Und unser kleiner Sauron steckt hier fest, weil ich hatte ihn gerade schlafen gelegt. Und, ähm, ja, da war er irgendwie noch festgesteckt, obwohl nichts mehr war. Also wir kennen jetzt alle Spots. Das heißt, wir versuchen jetzt so schnell es geht, diese Spots abzulaufen. Da hinten ist dann der Nächste. Aber ich befürchte, dass es in zwei Minuten einfach nicht möglich ist, alle zu schaffen. Und ich brauche nur noch ein einziges Teil. Und... Wir bekommen immer die gleichen Sachen. Oh mein Gott, Leute. Ich kriege gleich einen absoluten Schreikrampf. Alter, das ist nicht unser Ernst, oder? Letzte Chance. Danach haben wir, glaube ich, keine Chance mehr zum Nächsten zu kommen. Was ist drin? Leute, wieder Boots. Yay. Oh mein Gott, Leute. Ich hatte jetzt das Ganze noch laufen. Und wollte jetzt mal anfangen, mein Video zu editieren. Und dann im nächsten Mal hieß es... You found all five missing items returned to Puzz and Boots to claim your reward. Oh mein Gott. Also ich hatte eigentlich schon aufgegeben. Und hab's aber jetzt tatsächlich trotzdem geschafft. Es ist soweit. Wir können jetzt unser Pet abholen. Bravo, you did it. Thank you for finding all five of my items. Yes. Would you like to redeem a wishing star, boots, feather, hat and sword for another cat? Another cat? Habe ich schon eine bekommen? Ich hab noch gar keine bekommen. Okay. Das heißt, wir müssen... Oh! Wie süß ist das denn? Das ist so cool. Jetzt ist leider das Home in seinem Gesicht. Aber das ist mega cool. Ich wollte eigentlich nicht mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. Ist ja in Ordnung. Aber wie cool ist das denn? Okay. Das heißt, wir müssen, um diese wundersüße Katze zu bekommen. Du bist ja putzig. Eine Perser-Katze. Müssen wir ihm alle fünf der Sachen geben. Und dann bekommen wir eine Katze. Die ist zuckersüß. Das bedeutet automatisch, dass, falls ihr die Petware behalten wollt... Ihr seht das jetzt hier. Ich hab jetzt hier natürlich sehr viel weniger Sachen, als ich davor hatte. Dann müsst ihr unbedingt das Ganze ein paar Mal machen. Aber ich hätte gesagt, es ist kein Problem. Denn ich musste jetzt, ehrlich gesagt, dieses Spiel öfter machen, dass ich alle Items zusammen bekomme. Dann war's das aber von diesem Adopt-Me-Video. Wow. Ich bin froh, dass ich jetzt die Katze doch noch bekommen hab. Ich würde sagen, macht es einfach, wenn ihr Zeit habt. Aber denkt dran, ihr habt nur 14 Tage Zeit, um die Katze und letztendlich alle Sachen zu bekommen. Also auch die ganze Petware. Und dann ist es für immer weg. Wenn es weg ist und ihr die Sachen bekommen habt, dürft ihr sowohl die Items hier, also die Petware behalten, als auch die Katze. Ich danke euch vielmals für's Zuschauen. Lass da sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.